Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJoeCraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 8. Liebe Leute, es gibt noch einiges zu tun. Wir müssen noch einmal kräftig zur Tat streiten. An dieser Stelle werden wir hier im Shopping District einmal durch das wunderbare Portal gehen. Ach Mensch, wunderbar. Alles klar, dieses Portal bringt uns direkt in den Nether... Was? Moment, wie? Wie? Falsches Projekt? Ich hab im Titel... Was? Was steht da im Titel? Oh, im Titel steht Red Station. Ich höre gerade, Craft Attack 8 ist schon längst zu Ende. Ja, was mach ich dann bitte hier? Was hat Craft Attack 8 mit Red Station zu tun? Hm, eine gute Frage, deren Antwort wir hier im Nether finden. Denn hier ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu schade ist, als dass es hier einfach nur dumm rumstehen bleibt. Und herzlich willkommen zu einer Kreativfolge Craft Attack 8. Ich hab mir die Map mal gedownloadet und witzigerweise musste ich feststellen, als ich die Map betreten hab, war ich im Starterdorf. Das ist total cool. Da war ich noch und ich hatte noch meine Rüstung an und ich hatte noch ein paar Raketen im Inventar. Echt voll lustig. Die Sachen hatte ich nicht abgelegt und die sind im Weltenordner mit drin gespeichert. Das wird keiner von euch haben, weil das ist ja auf meinen Spielernamen zugeschnitten. Nur wenn ich die Welt betrete, hab ich noch diese Sachen. Das ist schon irgendwie cool, dass diese Sachen nie verloren sind. Falls ihr euch fragt, wo ich die Craft Attack Map her habe, es gibt eine Webseite, die heißt CraftAttack.one. Das ist die offizielle Webseite von Craft Attack. Und wenn ihr auf diese Webseite geht, könnt ihr dort die letzten Maps downloaden. So, das hier ist das Ding, worum es gehen soll. Denn ich habe mir mal Craft Attack geholt und ich habe mir mal WorldEdit geholt. So, und was wir hier haben, ist unsere kleine Musik, die wir vorletztes, vor drei Jahren, ich weiß gar nicht, wann war ein Craft Attack 8, das ist schon ein bisschen her, gebaut haben. Und zwar Never Gonna Give You. Ist gut, Leute, oder? Man denkt ja gar nicht, dass so viel Musik aus so ein paar Mondenglocken kommen kann, aber was wir halt gebaut hatten, ist ein Sequencer. Also eine Maschine. Ey, und ihr müsst euch mal überlegen, wir haben, wir haben das im Survival gebaut. All das. Und das ist noch eines der kleinsten Projekte von mir, eines der kleinsten gewesen. Deshalb, liebe Zuschauer, wenn ihr Craft Attack nicht guckt, dann habt ihr echt was verpasst. Denn vor allem auch dieses Jahr zu Craft Attack 10, Leute, werde ich mich steigern. Ich werde euch versprechen, dass ihr Redstone in Minecraft auf einem so hohen Level seht, dass selbst Hermit Craft dagegen vielleicht, ähm, als mindestens gleichwertiger Konkurrent wirkt. Das kann ich mir versprechen. So, also, das wird es dann dieses Jahr in Craft Attack geben. Aber was ist jetzt, gilt Klappe da oben, ist, dass wir einmal das Schätzchen nehmen. Einmal so. Und einmal, ich hoffe, dass wir alles richtig machen. Und einmal, nee, stopp, einmal hier. First, nochmal richtig machen. First Position. Und Second Position. Wir nehmen dieses Stückchen Kulturgut und machen einen Cut. Schneiden es hier aus aus Craft Attack. Ab jetzt ist es auch nicht mehr im offiziellen Weltdownload mit drin. Das heißt, wenn die Welt betretet, werdet ihr es nicht mehr finden. Na, Spaß. Und wir machen jetzt ein, na, Cut habe ich ja schon gemacht. Das war eigentlich dumm mit dem Cut, ne? Undo, nix da, machen eher, funktioniert die Technik jetzt hoffentlich noch? Ich denke, ja. Nee, wir müssen ein Copy machen. So. Und dann ein Shem Save Rick. Und so heißt das erstmal. Das ist jetzt die erste Sache. Ähm, mir fällt aber gerade ein, wir haben ja noch viel mehr mit Musik gemacht in diesem Craft Attack. Was mich aber gerade interessiert ist, ob diese Musik noch da ist. Und zwar, just for fun, wo wir noch gerade in der Map drin sind. Wir müssen echt nochmal so einen After Review machen, ne? Wo wir uns das nochmal in Ruhe angucken. Aber hier die Musik. Geil, das läuft auch noch. Wunderbar. So, ich bereite mal eben was vor und wir sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir wieder in der Red Station, liebe Leute, angekommen. Ja, jetzt versteht ihr auch vielleicht, was ich machen möchte. Ich möchte so ein bisschen ein Stück Kultur hier importieren. Und wir schauen mal, ob es angekommen ist. Shem Load Rick. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mal hier raus aus der Red Station. So ein bisschen an den Rand. Und machen hier mal ein Paste. So. Bäm. Das, das ist super. Das ist sehr, sehr gut, dass das hier ist. Und schon haben wir das, was wir gebaut haben ursprünglich, hier jetzt installiert. Installiert, wie ich sagen würde. Und jetzt müssen wir einmal das ganze Ding ein bisschen befreien aus seinem Kokon. Also machen wir Set 0 hier. Und jetzt werden wir langsam einmal die Technik vorsichtig trockenlegen. Das mache ich mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal bin ich auch so ein kleines bisschen stolz auf das, was man so gemacht hat. Vielleicht kennt ihr das, dieses Gefühl. Wenn man sich Sachen, die man früher mal gemacht hat, nochmal anguckt im Nachhinein. Überlegt mal. Diese Technik hatte ja auch zwei Red Zone Inputs. Wenn man hier gedrückt hat, wurde das Ding nur einmal abgespielt. Das war die Idee, dass das ab und zu mal des Portals getriggert wird. Und dann konnte man hier mit dieser Leitung den vollen Loop aktivieren. Und ich finde es echt krass, wenn man das Ganze richtig sequenzt. Das ist nichts anderes als eine Sequencing-Maschine, die letzten Endes drei Bauteile, Rhythmus, Harmonie und Melody aneinander reiht und damit echt einen sehr, sehr langen Song macht. So, wie dem auch sei, das Ding ist repariert und funktioniert. Und ich muss noch ein bisschen Sand austauschen. Aber ansonsten ist es echt einsatzbereit, unser kleiner Rig-Sequencer. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den nun importieren werden in den Stern. Und wir wollen natürlich in unserem Stern auch ein paar kleine Easter Eggs haben. Easter Eggs sind immer gut und Easter Eggs machen uns vor allem sehr, sehr glücklich. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die richtige Fläche hier markiert haben. Das sieht sehr gut aus. Dann würde ich einmal das Ganze von, ja, ich nehme mal hier das Ganze kopieren. Copy, wunderbar, sieht gut aus. Und jetzt geht's ab. So, jetzt lassen wir, wir lassen es da vorne, nee, wir lassen es da nicht stehen. Nee, 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 ist keine gute Idee, das da stehen zu lassen. Wir kopieren das auch mal von einer anderen Ebene. Ich gehe jetzt nochmal drei Blöcke nach oben und ich cutte das jetzt hier. So, zack, ausschneiden, wunderbar, ist ausgeschnitten, ist jetzt auf meiner Kopierablage rein da in den Stern und runter da unter unser Schätzchen hier an dieser Stelle. Denn hier unten soll das Ding eingepastet werden und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das soll ja genau in der Mitte eingepastet werden. Deshalb stellen wir uns einfach mal hier hin, halten die Luft an und machen, bup, und ja, sieht gut aus. Ja, sieht wirklich gut aus. Ist weniger kaputt gegangen als erwartet. Ja, sehr schön, es ist nur eine einzige Leitung hier kaputt gegangen und zwar diese weiße Leitung. So, und die weiße Leitung lässt sich auf jeden Fall reparieren. Jetzt gibt es nochmal ein bisschen Technik zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und fertig ist die Technik, liebe Leute. Also, wir haben uns jetzt ein paar Gedanken gemacht, wie man eine Technik bauen kann, die jetzt detektiert, dass Rig eingegeben worden ist. Und sie macht es auf eine sehr einfache und primitive Art und Weise, aber sehr intelligente Art und Weise, hoffentlich. Hier unten sind ja auf jeden Fall die ganzen Buchstaben drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Projekt verfolgt habt. Müsst ihr auch nicht unbedingt. Ich kann euch zumindest sagen, dass jedes Mal, wenn der Buchstabe A eingegeben wird, blinkt diese Leitung. B blinkt diese Leitung. C blinkt diese Leitung. D, E und bla 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 bla. Und bei den Buchstaben R, I, C und K haben wir hier mal kleine Dinger gemacht. Also, ihr seht quasi, hier sind Kolben angeschlossen. Und ihr seht, am anderen Ende ist ein Stromsignal. So, und wenn jetzt der Buchstabe R fällt, also sobald der Buchstabe R eingegeben wird, das zeige ich euch mal, ne? Zack, der Buchstabe R wird eingegeben. Dann geht hier dieser Kolben nach vorne, wie ihr seht. So, und wenn jetzt zum Beispiel dann als nächstes der Buchstabe I fällt und dann der Buchstabe C fällt und dann der Buchstabe K fällt. Ich mach das jetzt hier nochmal aus. Okay. Und dann fällt der Buchstabe K, dann seht ihr, ist diese Leitung so geschlossen, dass das Stromsignal hier durchgehen kann. Und sobald das Stromsignal hier reingeht, wird es hier in ein kurzes Blink-Signal gemacht und würde jetzt den Rig Roll starten. Okay. Es gibt einen Nachteil. Und zwar, es ist egal, in welche Reihenfolge diese Buchstaben fallen. Und zwar, ich könnte auch I, C, K, R schreiben, das würde auch funktionieren. Solange diese vier Buchstaben, vier Buchstaben sind das wohl gemerkt, fallen, passt es. So, jetzt gibt es aber zum Beispiel Namen, wie zum Beispiel Frederik. Und wenn ich jetzt Frederik eingeben würde, dann würde ja auch ein Rig Roll abgespielt werden. Und damit das nicht passiert, habe ich noch einen kleinen Big Brain hier drin. Und ihr seht zum Beispiel, die Leitung hier ist nämlich gerade an. Und die Leitung macht nämlich was Besonderes. Diese Redstone-Leitung ist eine Zählleitung. Die zählt nämlich, wie viele Buchstaben bereits eingegeben worden sind. Wenn ich jetzt den zweiten Buchstaben eingebe, Rig ist ja vier Buchstaben lang, seht ihr, ist diese Leitung immer noch an. Und wenn ich einen dritten Buchstaben eingebe, ist diese Leitung auch immer noch an. Und wenn ich einen vierten Buchstaben eingebe, dann schaltet sich diese Leitung aus. Das heißt, ab dem vierten Buchstaben schaltet sich die Leitung aus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein kleines Delay hier reinbringen. So, das ist wichtig. Dieses Delay, was wir jetzt hier machen, das ist ein zwei Sekunden Delay. Beim vierten Buchstaben schaltet sich die Leitung aus. Und deshalb ist diese Technik jetzt so gebaut, dass nur wenn die ersten vier Buchstaben, die eingegeben werden, Rig sind, nur dann soll ein Rig Roll abgespielt werden. Und das, meine Damen und Herren, haben wir jetzt heute gebaut. Es ist ein Easter Egg in dieser Schaltung. Ein kleines Easter Egg. Und zwar, wenn man den Spielernamen Rig auswählt, soll hier ein Rig Roll abgespielt werden. So, wir resetten die Schaltung mal. Mit dem Reset, das habe ich jetzt auch angeschlossen, wird dieser Zähler zurückgesetzt. Ihr seht, das sind einfach vier Redstone Dusts, die verschoben werden pro eingegebenen Buchstaben. Das hier ist nicht sonderlich gut. Das hier müssen wir nochmal ganz kurz optimieren. Warum ist das so, wie es ist? Es gefällt mir nicht, dass es so ist. Okay, jetzt scheint es mir besser zu sein. Sieht gut aus. Oh, JoCraft hat einen kleinen, dummen Fehler gemacht. Ein kleines, dummes Fehlerchen hier noch an meiner Stelle. Ich muss das mal mit dem richtigen Redstone... Also, okay, das Ding ist nicht richtig an die Reset-Leitung angeschlossen. Das mache ich gleich. Ich sehe nämlich gerade, die Reset-Leitung ist woanders. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Haben Sie mal eine Sekunde gedrückt. Das gelbe ist die Reset-Leitung, ne? Ist das gelbe die Reset-Leitung? Dieses gelbe Ding hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich eben prüfen. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Das ist die Reset-Leitung. Okay, ich muss von diesem Ding hier noch ein Kabel nach da ziehen. Aber das hält uns jetzt nicht auf, okay? Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass da noch ein Kabel gezogen werden muss. Mache ich gleich nach der Aufnahme. Aber jetzt testen wir es mal aus, Leute. Ob die Schaltung funktioniert. Also, ich gebe jetzt einmal ein F-Rig. Einfach mal, um was Falsches einzugeben. F ist eingegeben. Dann ein R ist eingegeben. Dann warten wir auf das I. So. Dann geben wir ein C ein. Und wir geben ein K ein. Und rein theoretisch dürfte jetzt hier... Oh! Nicht gut. Okay, Sekunde mal eben. Okay, Problem habe ich gerade erkannt. Der Zähler hat nicht schnell genug gezählt. Weil ich habe die Worte gerade sehr schnell hintereinander eingegeben. Und der Zähler kam mit der Geschwindigkeit nicht hinterher. Deshalb hat er sich verzählt. Also der Zähler hat nur gezählt, dass drei Buchstaben eingegeben worden sind. Deshalb resette ich das Ding nochmal eben kurz. Und werde nochmal diese Redstone-Schaltung, dieses Zählt, ein bisschen verbessern. Okay, jetzt ist der Zähler korrigiert. Das ist ein etwas besseres System. Dieses System kann deutlich besser erkennen, weil wir haben so eine Datenleitung. Das muss euch jetzt nicht interessieren, wie genau das funktioniert. Aber wir haben hier eine Datenleitung. Da laufen die ganze Zeit Daten durch. Und das System muss halt immer kurz im Moment warten, bis es dann die nächste Eingabe akzeptiert. Und das habe ich jetzt korrigiert. So. Deshalb resetten wir das Ganze nochmal. Und ich gebe wieder F-Rig ein. Und es fehlt jetzt noch ein Buchstabe. Und zwar das K am Ende. Und jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Das heißt, das System, die Bedingung ist zwar erfüllt, aber die Redstone-Leitung ist aus. Und das hat funktioniert, wie ihr seht. Die Redstone-Leitung ist aus. Es wird kein Rig-Roll-Up gespielt. So. Re-resetten das Ganze. Ja. Jetzt fehlt natürlich noch diese Redstone-Leitung hier. Wir tun so, als ob die Redstone-Leitung funktioniert. Die soll auch mit dem Reset ausgeführt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Ähm, der Knopf ist ja quasi verbunden mit dem Kabel. Aber die Technik kann sich ja auch von alleine resetten. Zum Beispiel, wenn jetzt hier die Keycard erstellt wird. Deshalb ist es super wichtig, dass ich daran denke, noch diese Redstone-Leitung zu ziehen. So. Und nun kommen wir zum Finale. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, Leute. Und zwar das Easter Egg des Tages. Wenn ich nämlich jetzt hier Rig als Namen eingebe, dann sollte der Rig-Roll starten. Ich bin gespannt, Leute. Also, die Spannung steigt. R, I ist angegeben. Ja, auf dem Weg in das System rein. Ein C. Und der letzte Buchstabe ist ein K. So, Rig ist eingegeben. Und? Geil. Ist das geil, Leute. Und damit haben wir ein Easter Egg gebaut. Das werde ich nicht noch einmal verraten. Das heißt, nur diejenigen, die jetzt dieses Video geschaut haben, ihr wisst jetzt, was das Easter Egg ist. Das ist ein kleines Easter Egg. Die ganze Technik, die wir gebaut haben, nur um das zu erreichen. Jetzt haben wir jedes Mal, wenn man die Rig eingibt, diesen wunderschönen Sound, der abgespielt wird. Ein Hommage an Craft Detects 8. Ihr seht, die Projekte leben weiter in anderen Projekten. Geil, ne? So, und das war's. So wird's dann hier abgespielt. So, und dann kann man hier weitergehen auf den Knopf drücken. Und die Keykarte erstellen lassen. Rig wird dann auch in diesem Moment ins System aufgenommen. Das System holt sich die Keykarte. Die Keykarte wurde erstellt. Gleichermaßen wird jetzt das Räderwerk in Gänge gesetzt. Ihr seht, ein Spieler ist registriert. Rig ist registriert unter der ID Nr. 4. Und unsere ganze Computeranlage setzt sich in Gänge Nr. 4. Da oben, Slot Bay 4, wird jetzt für Rig freigegeben. Das heißt, Rig, ne? Das Nummernfeld startet hier. Das müssen wir auch nochmal ein bisschen verbessern. Da sind noch einige Fehler drin. Der Zeitzähler beginnt. Alles wunderbar. Klick. Nein, Spaß. Rig. So, zack, ist da. Gleichzeitig, unser Protokollcomputer führt auch zu Protokoll, dass der Spieler namens Rig gerade das Raumschiff betreten hat. Der Protokollcomputer funktioniert ja so, dass er immer von oben nach unten protokolliert, was gerade passiert. Und da erstellt er gerade die oberste Zeile. Rig ist registrierter Spieler. Wunderbar. Und was wir jetzt nochmal eben kurz machen, ist ein Checkout. Das heißt, Rig ist jetzt registriert und möchte jetzt das Raumschiff verlassen. Also geht er hier in den Matrixraum, ne? Und hier zum Checkout-Bereich hat er die Möglichkeit, hier die Keykarte einzugeben. So, wups. Die Tür hier hat sich schon geschlossen. Der Checkout geht relativ schnell. Und Checkout erfolgreich. Auf Wiedersehen. Ich kann hier durchgehen. Kommt dann hier in der Lounge an. Und in der Lounge seht ihr auch, dass der Checkout erfolgreich war. Man sieht das quasi hier. Ist ja die Anzeige, wie viele Spieler an Bord des Schiffes sind. Rig hat gerade das Schiff verlassen. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Das System muss es jetzt runterrechnen. Also quasi der Computer muss jetzt einmal Rig abmelden. Und jetzt wurde er abgemeldet. Ab jetzt ist das Slot frei. Ab jetzt kann der nächste Spieler wieder einchecken. Und das System ist ja auch resetet. Gleichzeitig wird eine Anfrage nach da oben geschickt. Ihr seht auch hier oben, das Board resetet sich komplett. Aufnahme 4 ist Rig verschwunden. Und zu guter Letzt gibt unser Protokoll-Computer zur Information, dass Rig soeben unser Raumschiff verlassen hat. So, liebe Leute, das ist der aktuelle Fortschritt hier an Bord der Red Station. Wenn es euch Spaß macht, lasst bitte ein Like da und verpasst keine Folge auf diesem Kanal. Ich habe gehört, abonnieren soll dagegen helfen, dass man nichts verpasst. Hat mir so jemand ins Ohr geflüstert. Ob das stimmt, müsst ihr selbst rausfinden. In diesem Sinne, wir gucken nochmal eben, dass hier Rig steht. Ihr seht, quasi funktioniert. Und da ist auch das X. Also X bedeutet, der Spieler wurde, ist runtergegangen, hat das Raumschiff verlassen. Rig registriert, Rig wieder runter. Also hatten wir für einen kleinen Moment Rig Astley an Bord an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Junge Ja. Untertitelung des ZDF, 2020